ARD Text im Auftrag von Funk Ich geh nicht rum, ich schneide, komm her, ich blute. Das ist ein Sarg, eine Mumie. Wie blöd kann man sein? Mach auf, mach auf! Was machst du denn du? Ah, ah! Ich glaube, das ist das Spektakulärste, was wir bis jetzt hatten, oder? Das ist ein Ratterknochen, du Säckling. Ehrlich, verarsch mich nicht, nein! Laufen, komm mit! Oh, krass! Herzlich willkommen zu Murat dreht am Rad. Die wohl spektakulärste, teuerste, atemberaubendste Handwerker-Sendung im deutschen Fernsehen. Wir bekommen gleich wieder einen richtig coolen Gegenstand. Wir wissen nicht, was es ist. Und dann haben wir zwei Tage Zeit, daraus was unglaubliches, spektakuläres, atemberaubendes zu machen, was vielleicht die Welt verändern könnte. Gucken wir, was der Gegenstand ist und lass uns überraschen. Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Okidoki, jetzt bin ich mal gespannt. Ist das nicht dein Ernst? Ne, was? Ist das ein Sarg? Eine Mumie? Was ist das? Ja, du machst das Ding auf und dann steht da einfach so ein Kasten davor und du weißt eigentlich gar nicht erst mal, was es richtig ist. Boah. Ich glaube, das ist das Spektakulärste, was wir jetzt hatten, oder? Erst beim genau hinschauen siehst du, oh Gott, es ist ein Boot. Uns hat jemand ein Boot geschickt. Oh, pass auf. Warte, wir holen wieder Böcke. Ja, wir lassen das Böcke holen. Warte, da ist ein Brief dabei. Lieber Murat, lieber Günni. Wir sind Familie Scheuerle. Typisch Schwäbisch Scheuerle. Wir haben für unsere Kinder damals nach einem Sandkasten gesucht und sind dabei auf ein Boot gestoßen. Das Segelboot war hier in der Nähe bei einem Segelclub auf einem See im Einsatz. Nachdem es dort seine Bestimmung nicht mehr erfüllt hat, durften wir die Fifi abholen und mit Sand befüllen. Wir haben noch keine konkrete Idee, was aus dem Boot werden könnte. Wir haben in der Familie mal ein bisschen gesponnen. Hannah hat sich ein Klettergerüst gewünscht oder was zum Turnen. Wir hatten auch mal die Idee mit einer Schiffsschaukel. Das wäre aber viel zu groß gewesen. Also wir hatten schon alles Mögliche. Aber es ist noch nichts, wo wir sagen, das muss es unbedingt sein. Wir können uns vieles vorstellen und wir sind sehr gespannt, was daraus wird. Fifi war ein Segelboot, Fifi war ein Sandkasten und jetzt darf Fifi etwas Neues werden. Aber bitte, bitte, es soll die Fifi bleiben. Es würde uns freuen, wenn der Name Fifi bleibt, denn diesen trägt das Boot quasi von Geburt an. Oh Gott. Okay, folgendes. Was cooles gewesen, stell mal vor, du tust das Boot aufstellen, okay? Und dann hier so Regalbrette rein, das komplett neu abschleifen, wirklich. Und dann ein richtig cooles Regal machen. Sieht richtig cool aus. Das ist ein Regal. Lass den Schorgy noch mal kommen, mir fällt gleich noch was ein, okay? Lass uns den Schorgy noch mal anrufen. Der Schorgy ist einfach ein verrückter Kauz, würde ich sagen. Ein Künstler? Ja, ein Künstler. Und der steht auf diesen verrückten Scheiß. Günich? Nein, ich bin's, Murat. Alter, du arbeitest mit allen Trinken. Ja, es tut mir leid. Ich schwörst dir, du arbeitest mit allen Trinken. Bei dir wäre ich jetzt nicht bei dir. Schorgy, Spaß beiseite, aber ich habe so was krasses gefunden. Und wenn du das siehst, dann drehst du total am Rad. Meinst du, könntest du vorbeikommen kurz? Ganz kurz? Eine halbe Stunde brauche ich dich vielleicht. Gib mir eine halbe Stunde. Alles klar. Bis gleich, Schorgy. Alles klar. Tschüss. Bis dann. Ciao. Oh, ist der blöd. Haben wir wieder reingeliegt. Auf jeden Fall. Jetzt kommt Schorgy gleich. Weißt du, was wir so lange machen? Bis der kommt, drehen wir mal am Glücksrad und gucken mal, was für ein Budget wir haben. Aber bei sowas Großes wünscht man sich natürlich extrem viel Geld. Weil da ist die Inspiration, die man hat und die Ideen, die sind ja unerschöpft. So. Ich nehme ein A. Ist das der? Also mal ohne Spaß. Wenn du jetzt einen fahren lässt, dann rutscht das Ding noch rüber. Wir kriegen das hin. Ich bin total motiviert, weil es ein cooles Teil ist. Jetzt gucken wir mal, dass der Schorgy gleich kommt und dann überlegen wir uns was. Auch diesmal gab es so eine Challenge und die war so genial. Ich glaube von allen Challenges, Challenges, wie heißt es? Challenges. Von allen Aufgaben, die wir jemals hatten, fand ich die einfach am genialsten. Ich stehe Günje einfach im Weg. So. Diesmal bin ich dran Günje. Ich mach dich fertig. Ich schrecke Murat auf möglichst viele unterschiedliche Arten. Du darfst halt nur übertreiben, sonst merkt das. Das wird schon ein bisschen kniffliger. Was ist denn das? Ein Geheimversteck. Aha. Vielleicht ist da ein Schatz drin. Was ist da drin? Na guck mal. Hör auf jetzt. Hör auf. Hör auf. Geh raus, das Ding bricht zusammen. Das bricht gleich zusammen, warte doch. Hör doch auf zu wackeln. Oh, oh, oh. Hör doch auf. Helf mir runter. Ja, helf mir runter. Murat. Günje. Schörschi. Ich hab neulich in der Zeitung gelesen, dass es sieben Monate dauert, bis ein Handwerker kommt. Versteht was ich meine? Ihr habt Glück. Ja. Ihr zieht mich jedes Mal über den Tisch. Ja. Und ich land hier. Ja. Habt ihr wieder ein Problem. Kein Spaß. Sechsköpfige Familie. Vier Mädels. Mama, Papa. Das war ein Sandkasten für die Mädels. Das Ding heißt Fifi. Und das Ding soll auch viel, viel heißer. Jetzt hör zu, Schorschi. Also keine Dusche. Aber was für den Garten. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wir wie so ein Lounge-Sofa was machen. Dass wir hier Sitzflächen mit einer schönen Rückenlehne. Mit Larchenholz. Wetterbeständig. Wo man dann auch draußen stehen kann. Ein Schirm vielleicht. Ein Schirm. Da können wir vielleicht noch einen Kühlschrank reinbauen. Wäre das noch was? Ja. Kühlschrank vielleicht nicht. Kühlbox oder sowas. Okay. Schön im Garten sitzen. Im Schatten. Musik. Kühle Getränke. Boah. Und wir können es weiterhin Fifi nennen. Boah. So, jetzt machen wir die ersten Schritte. Der Schorschi besorgt uns das Werkzeug. Jetzt tun wir vorne, Gyni. Weil hinter da, wo du bist, ist ja die Rückenlehne-Lautzeichnung. Und hier holen wir ein Stück runter. Dass wir hier einen Steg bauen und hier ein bisschen weiter runterkommen. Wie würdest du das jetzt am besten schneiden? Mit der Stichsäge. Mit der Stichsäge. Und dann erst hier vorbohren. Okay. Dass wir sehen, wo wir entlang fahren müssen. Kann man dann einen Strich ziehen. Ja. Von Loch zu Loch. Ja. Das ist ein Rattenknochen, du Säge. Ich verarscht mich nicht. Nein. Ja, natürlich, du Drecksau. Das ist das Beckenknochen. Von einer Ratte? Ja. Wo ich verarscht hab, wer hat eine Rattenknochen? Leg ihn mal ab. Was hat Ratte? Ja. Kummibänder drin oder was? Das ist ein Rattenknochen. Das ist kein Rattenknochen. Selber hat eine Rattenknochen. Eine Ratte ist kein Wirbeltier. Was ist das denn? Alter, hast du den Schuss nicht gehört? Das ist ein Hühnerknochen. Da hat jemand einfach schön Chicken Wings gegessen. Guck mal. Ratte. Okay? Knochen. Guck mal, welchen Knochen du gerade in der Hand hast. Stehen hier. Kein Wirbeltier. In der Türkei vielleicht nicht. Die Murat nicht. Die nicht. Die hat so... So Männer, wir haben jetzt natürlich das Ding ausgesägt, aber ich sag's nochmal. Das ist wirklich wahrscheinlich der schwerste Job, den wir bis jetzt in allen Folgen hatten. Wirklich, da sind wirklich viele Einzelheiten. Jetzt machen wir folgendes. Wir fangen jetzt teilweise mit der Arbeit an und ich geh einkaufen. Das, was wir jetzt noch brauchen. Getränkebecher machen wir hier rein. Genau. Lautsprecher. Lautsprecher. Wir haben 1500 Euro, gell? Und ich glaub nicht, dass ich da irgendwas im Garten finde, wo ich hier noch einbauen kann. Immer nur von mal abgesehen. Ja, ich bin wie so ein Mietesser. Ich hab mich an dich gehängt. Was ist denn das? Kartoffelsalat, Schnitzel, Bandnudeln, Zuppe? Was ist das? Was ist das Einkaufsel für mich? Was? Die andere. Das kann doch noch besser werden, glaub ich. Okay. Ich ruf euch an. Ich fahr kurz los und hol alles, okay? Bis gleich. Ich komm. Soll ich mir das Team rausschieben? Wirklich sage, ja. Was machst du frühstücken? Ich will mich verarschen machen. Ich bin fix und fertig. Bis ich alles gefunden hab. Maritieme Lautsprecher im Baumarkt. Der fragt, ob ich ihn verarschen möchte. Kühlbox. Ich lass mal probieren, ob die reinpasst. Schoschi, ich weiß nicht, wie das geht. Sprecherhalter. Maritime Lautsprecher. Auch wasserdicht. Unter Wasser. Jetzt müssen wir jetzt mal schauen, dass wir Auflagefläche haben. Für die OSB-Platten. Dass das stabil ist. Dann sollten wir noch schauen, wie wir den Schirm festbekommen. Und dann müssen wir mal schauen, wenn jetzt hier die Rückenlehne kommt, hat man hier ja die unschöne Freifläche, was wir da draus machen. Murat. Erzähl mal ein bisschen was. Ich hab euch nichts mehr zu erzählen. Hast du jemanden im Bootsbau gehabt oder in der Familie? Spaß beiseite. Ich hab wirklich früher. Aber es ist jetzt echt auch keine. Es ist die Wahrheit. Ich hab wirklich im Bootsbau gearbeitet. Zwar als 400 Euro Job, aber ich hab das echt gemacht. Ohne Witz. Ich hab wirklich im Bootsbau gearbeitet. Ohne Witz. Der Boot abgeschliff. Nein, Yachten. Ja, ja, das hab ich gemacht. Ich hab Yachten. Die Muscheln hat er abgekratzt. Im Bootsbau gearbeitet. Jezus. Wer soll das glauben? Im Bootsbau gearbeitet. Wir lagen vor Madagaskar. Und hatten die Pest an Bord. In den Pestern da faulte das Wasser. Nein, das geht so. Und täglich sprang einer über Bord. Wir lagen vor Madagaskar und hatten den Murat an Bord. Und alle sprangen ins Wasser. Die sind dann rein, in den Pestern. Und dann haben sie vorんなer. Warte mal, wenn er kommt. Ich will dir eine heil. Das einzige Leben, das gerne in deiner Nähe ist, ist ein Cuts. Was machst du denn du? Frag einfach nicht, frag einfach nicht, bitte. Was hast du denn für Schrauben genommen? Siebzehner. Die gucken ja alle hier oben raus. Das ist nachher eh ne Deck drüber, sieht doch nachher keiner. So schafft man doch nicht. So, hier haben wir uns ne Schablone gemacht. Und so einen Fußabdreht oder so eine Fußleiste hat. Gut. Gut, 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 gut. So, Schrauben. Gerade beim Holz, ich weiß, manchmal so schnell gehen. Man denkt einfach, man haut die Schraube rein und das war's. Aber das ist echt cool, wenn man richtig sauber arbeitet, vorzubohren, zu senken und dann erst die Schraube reinzubohren. So macht man es richtig. Der Gyni kennt es damit natürlich nicht aus, aber so wird es machen. Und jetzt schneiden wir es aus. Und jetzt schneiden wir es aus. Und deswegen tun wir jetzt das, was die Gyni geschnitten hat, diese USB-Platten hochsetzen, machen diese Keile inne rein, dass wir wirklich was Stabiles haben. Solang er das macht. Äh, Schorgi. Solang du das machst, können wir was, machen wir was anderes. Alle, die wollen Kaper fahren, müssen Männer mit Bärten sein. Kennst du das? Was? Kennst du das nicht? Alle, die mit dem Saukaper-Bad fahren. Der hat ja halt eine Stimme wie eine Sirene. Da gibt es doch von Odysseus, wo sie an die Klippen gerufen werden von den Frauen und dann die Schiffe an den Klippen dann zerschellen. Und so versucht er mich auch immer zu locken. Ja. Noch ein bisschen weiter. Ein bisschen weiter nach rechts. Noch ein bisschen. Also, dann schieben wir es raus. Ich schleife ab. Der Schorgi tut dann später abkitten, oder? Kitten? Ja. Spachteln. Spachteln, muss ich gerade sagen. Irgendwann wird der Tag kommen, wo ich dich auch so schieben werde. Weißt du das? Guck mal, da ist noch ein bisschen Platz. Ja. 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 Fifi nicht ab. Und was machen wir? Wir schleimen das Fifi ab. Kannst du was hinmalen? Murat! Nein, Fifi! Warum hast du dann abgeschliffen? Ich hab's nicht gesehen. Ich war so konzentriert. Du kannst das noch was draufmachen. Müssen wir ja jetzt wohl! Ja, aber ich hab dann den Schriftzug wieder erneuert und neue drauf gemacht. Alles ist in Ordnung. Das Fifi? Ja, Fifi, ja. Ja, der Schorschi, der tut jetzt gerade das Abspachteln und das sieht nachher echt toll aus, als wäre da noch nie was anderes gewesen. Vielleicht. Vielleicht, aber ich weiß, dass du es hinkriegst. Schorschi, wenn das einer hinkriegt, dann bist du es und nicht der Günni. Guck mal, wenn es jetzt so steht. Das wird ein episches Bild. Mach nochmal so. Mach nochmal so. Wenn es jetzt so steht. Warte ich auf, warte. So. Okay. Das sah geil aus. Noch einmal. Wenn es so steht. Ja. Dann steht es eigentlich richtig. Jetzt kippt es ein bisschen nach hinten. Die Lehne ist dann auch gemütlicher. So ist es richtig. Aber es war Zufall jetzt. Mehr Glück als Verstand. Alter, wie sieht das aus? Ab und zu musst du dein Schleifmittel angucken, weil was ist das hier? Ja, aber ich habe das gerade mal 10 Minuten benutzt. Das kann man noch gebrauchen. Was willst du denn für ein Schwabe? Alter. Was willst du denn für ein Schwabe? Mit dem kann ich das ganze Haus noch abschleifen. Wir müssen noch ein bisschen abschleifen, bin ich echt. Wir müssen ein bisschen Gas geben, sonst werden wir nicht fertig. Ja, schleif doch. Ich schleife nicht. Ich schleife die ganze Zeit. Ich habe mich geschnitten. Soll ich mir eine krankere Waage holen? Keine Güme. Schnell, komm her. Ich rufe den. Kannst du mich verplastern? Kannst du mich verbinden? Mit wem soll ich dich verbinden? Mit dem... Gib kein Gimmi. Das war die Hälfte. Was ist denn das? Hast du schon mal eine Pflasche drauf gemacht? Ich habe gedacht, du wärst bei der... Georgi! Georgi! Wie kann man denn so einen Verwandt machen? Hast du schon mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht? Wann hast du das letzte Mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht? Ich war bei der Bundeswehr Hilfsanitäter. Ja? Aber da hast du das Opfer gespielt, kann das sein? Vom Verbinder hast du wirklich keine Ahnung. Der Georgi tut jetzt Feinspachteln. Mit dem Grobspachtel sind wir schon drüber. Das war ja so ein Glasfaser-Gemisch. Und das haben wir auch schon abgeschliffen. Jetzt gehen wir mit dem Feinen drüber, dass man nachher wirklich nicht mehr sieht, wo irgendwelche Löcher oder Schrauben waren. Ist wirklich was ganz, ganz Feines. Macht man übrigens auch bei den Autos zum Beispiel so, wenn man mal eine Delle drin hat. Und später tun wir nochmal drüber schleifen und dann fängt das Lackieren an. Nach Tag 1 hatten wir... Das ist ja ein Riesenprojekt. Ich hatte da wirklich Angst, dass wir Zeit nicht fertig kriegen. Dass wir zeitlich nicht hinkommen. Heute sind wir am Tag 2 unserer Murat und Freunde werft. Wir haben abgespachtelt, wir haben alles abgebaut. Wir werden jetzt heute lackieren. Auf jeden Fall haben wir keine Zeit zu verlieren, weil es ist wirklich sehr, sehr knapp. Ich weiß gar nicht, ob wir heute fertig werden. Wir müssen heute richtig Gas geben. Aber du bist kompetent, ich bin kräftig. Und er ist schon wieder müde. So ein bisschen in Sonne. Okay. Wir lackieren. Ein Freund bleibt immer Freund. Und das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, ein guter Freund. Und wenn die Welt zusammenbricht. Und jetzt ist es natürlich mit dem Wind ganz ideal. Egal. Weißt du, Shorsi? Diese einfache Dinge kann es jeder. Einfach kann es jeder. Schön, dass ich meine. Ja, ich weiß es. Wo sind die alle? Hey, kann mir jemand helfen? Mein Daumen ist verstaucht. Das ist nicht so einfach im Wind, gell? Das ist wie Fackeln im Sturm. Das ist nicht so einfach. Papa. Bester Mann. Von der Mama? Ja. Das ist voll cool. Perfekt. Also, wir können das für die Bezüge machen. Guck mal, nimm doch mal ein Beispiel am Schwiegervater. Der Schwiegervater ist produktiv. Er kriegt was hin. Verstehst du, was ich meine? Er ist immer positiv. Warum bist du so? Ich war früher voller Freude. Voller Arbeit, Tatentrank. Jetzt machst du nur Straftaten. Papa, dieser Mensch kriminelle Mensch. Papa, nein. Ruhige Musik Papa, die Schwiegersohn macht jetzt Blau. Die Jungs lassen mich alleine hier draußen lackieren, weil es gerade windet. Und den Wind zu lackieren ist wirklich nicht einfach. Und ich werde das immer nur so ein bisschen anlackieren, ein paar Schichten drüber. Ich werde bestimmt drei, vier Mal drüber gehen müssen. In der Hoffnung natürlich, dass die Lackdosen ausreichen. Und hier nochmal ganz wichtig, immer die Maske benutzen. Wenn ich schon sehe, dass einer mit dem Daumen lackiert. Günni, es geht nicht anders. Und zwar, ich habe einen Ischias. Du hast natürlich Ischias im Zeigefinger. Genau. Okay. Also Männer, wir dürfen jetzt keine Zeit mehr verlieren. Wir haben echt nicht mehr lang Zeit. Jetzt wird nicht mehr rumgespielt, sondern richtig gearbeitet. Bringen wir das Teil rein und machen es drin. Also ich habe jetzt echt nur eine Stelle gesehen, wo mich nicht so gefällt. Aber sonst tut top, mein lieber Scholli. Ja. Ja. Es ist cool. Wir haben da den weißen Lack abgezogen. Wo? Warst du nicht so blöd? Mein Gott. Jetzt hast du jetzt eine Stelle gefunden. Eine Stelle. Ja, ich sehe alles. Ja. Warte, warte, warte. Das Boot ist jetzt komplett lackiert. Die Jungs, die tackern jetzt gerade die Kissen zusammen und die ganzen Matratzen. Und ich werde jetzt folgendes machen. Ich werde hier eine Kühlbox einbauen. Weil gerade im Sommer, wenn es richtig heiß ist und man hier drauf sitzen kann, dann wäre cool, wenn man eine Kühlbox hätte. Und dann kommen hier noch so maritime Lautsprecher. Mache ich nicht wie Lautsprecher? Das sind einfach Lautsprecher, die vor Wasser geschützt sind. Ah. Was ist denn? Jetzt habe ich dich. Was war's denn? Ich kenne deine Aufgabe. Wie jetzt? Du sollst mir im Weg stehen bei der Arbeit. Nein. Das hast du die letzten 15 Jahre gemacht. Nein. Ich sage eins. Wenn du jetzt löschst und das stimmt nicht, dann hast du verloren. Nein, nein, nein. Das war noch nie der Fall. Doch. Man hat nur eine Chance zu lösen. Okay. Ich möchte auch lösen. Nein, ich möchte zuerst lösen. Seine Aufgabe ist, mir im Weg zu stehen. Stimmt das? Stimmt das? Meine Aufgabe ist wirklich, dir im Weg rumzustehen. Stimmt. Woran hast du das gemerkt? Das war total offensichtlich. Das stimmt. Wenn ich was machen wollte und dann kam er und drückte sich so davor. Wie blöd kann man sein? Ist doch mir leid. Mir nicht. Mir nicht. Also wenn man mehr als einige Hirnzelle hat, braucht man einen halben Tag. Da ich mehr als einige Hirnzelle habe, habe ich ... Was ist das Zeichen? Victory? Nein. Doch. Verschwinde heißt das auf V. Genau. Ist das die, die du nimmst für Überweisungen und so? Mach gleich ein Foto drauf. Wir haben uns jetzt hier verewigt. Günni, ich und der Schorsch. Und jedes Mal, wenn sie das Kissen auswechseln, werden sie an uns denken. 100 Prozent. Das hat einen Hintergrund. Und zwar machen das Handwerker ganz oft. Man tut immer eine alte Zeitung irgendwie ins Mauerwerk rein mit einer Flasche. Das wissen wirklich die Handwerker. Das wissen die Leute, die es haben bauen lassen meistens nicht. Und Handwerker machen das irgendwie noch eine Signatur zu hinterlassen. Ich habe immer gedacht, komm, wir unterschreiben einfach auf den Polster hinten dort. Es ist echt cool, wenn man richtig sauber arbeitet. Vorzubohren, zu senken und dann erst die Schraube reinzubohren. Also, ich höre mich bescheuert. Guck mal, ich habe was für uns. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich höre die Möwen singen am Hafen. Das letzte Lied zum Rauschmiss. Soll schon lange nicht mehr die Jahre. Also, der Schorzi, der wirkt immer so, er ist ja Künstler, der wirkt immer so kalt, so gehetzt und was weiß ich. Aber echt ein weicher Kern. Wirklich. Der Typ hat ein riesengroßes Herz hinter dem ganzen Bart. Nee, aber ich glaube, der hat sich dann auch übergeben. Ich meine, ich habe was gehört. Das hat schon gehört wie ein Elsch. Das war's. Oh mein Gott, runter. Wow, Mann. Komm, hier. Huck dich hin, ich mach euch den Schirm auf. Hupf fest, ja. Ist das geil, oder? Ist das cool. Mach noch ein bisschen Platz. Komm mal her, Kumpel. So, und jetzt? Jetzt gibt's gleich das ganze Ding um. Geil, oder? Also komm, jetzt liefern wir's aus morgen. Da freu ich mich drauf. Aufräume? Ja. Oh. Soll ich dich hochheifen? Nein. Ja. 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 Ich weiß, wie anstrengend das ist, muss ich ehrlich sagen. Aber ist echt cool. Und ihr zwei seid beide Zwillinge, gell? Aha. Ja. Ja, das sieht man auch. Zweieige, gell? Zweieige, gell? Ja, erst nicht. Ja, ich bin aber viel, viel später gekommen nach dir. Viel, viel später. Auf Fifi habt ihr lange gewartet, gell? Das war euer Sandkasten, war das. So. Wir haben was anderes aus Fifi gemacht. Oh, oh. Aber wir möchten euch da erst überraschen. Könnt ihr uns mal euren Garten zeigen, wo Fifi gestanden ist, wie euer Garten aussieht? Ja. Ihr habt's aber schön hier. So, jetzt zeig mal, wo Fifi stand. Und da stand Fifi und das war für euch ein Sandkasten, gell? Da habt ihr gesandelt, aber jetzt seid ihr schon ein bisschen älter, oder? Jetzt wollt ihr nicht mehr am Sand spielen, oder? Sechs Jahre alt waren, denn wir sind gerade gestern geworden. Ihr seid sechs Jahre alt geworden. Gestern. Ja. Alles Gute zum Geburtstag. Und ihr auch. Danke. Och Gott sei Dank. Ich auch. Das heißt, hier war das? Mhm. Und wollt ihr das auch wieder hier haben, oder ist das egal? Ist egal. Ist egal. Ist egal. Ja? Okay. Jetzt passt auf. Günni und ich, wir werden gucken, ob wir das jetzt da reinbekommen, oder ob wir einen riesen Kran holen müssen. Ich weiß es nicht. Ihr dürft nicht rausspickeln, versprochen. Machen wir nicht, gell? Dann, an die Arbeit, wir gehen rein. Machen wir. Ich würde das Boot wirklich hier hin machen. Du bist Chef. Ja, ich bin Chef, ja. Und du? Träger. Träger. Okay. Wir haben uns überschätzt, Günni. Das war saumäßig schwer. Weil der Platz ist. Es war auch nicht viel Platz da. Deswegen hat man dann die Hilfe. Ja. Abortet. Wurzelt mal Freunde. Kurz anrufen. Ich brauche mich ganz kurz. Und dann sind sie da. Ich habe den Gießkallen im Gesicht. Aber egal, auch weiter. Ich habe mich erst mal wieder zur Luft bekommen. Es war einer der genialsten Projekte meiner Meinung nach, die wir jemals in der Staffel hatten. ein Boot umzubauen aufs Sofa. Augen zu. Okay. Ich führe euch. Einfach. Laufen. Kommt mit. Kommt mit. Vorsichtig. So. Jetzt alle so mal hinstellen. Und bei drei machen wir die Augen auf. Okay. Also. Eins. Zwei. Und drei. Hier ist eure Fifi. Oh. Wow. Oh, krass. Ich habe das gesehen und dachte, oh. Es ist einfach nur harmonisch und passt hier hin. Und da hat mich darüber sehr, sehr gefreut. Wahnsinn. Guck mal, da kann man sitzen. Wie cool. Und den Regen hier kann man fahren und zurück machen. Da fällt einem immer ein Stein vom Herzen. Ja. Dann merkst du den Leuten gefällt es, was du gemacht hast. Ich erkläre euch jetzt mal ganz Fifi was. Fifi hat nämlich ein paar Besonderheiten. Und die Besonderheiten zeige ich euch jetzt. Jetzt kommt ihr zwei mal kurz zu mir her. Guck mal, hier habt ihr zum Beispiel so richtig coole Ablagen. Hier könnt ihr Getränke rein machen. Okay. Ihr könnt hier Salzstangen rein machen, Nüsse und wie auch immer. Dann haben wir hier eine Kühlbox, wo ihr die ganzen Getränke rein machen könnt. Hier habt ihr auch Musik. Das heißt, hier ist eine richtig coole Hi-Fi-Anlage komplett verbaut. Bisher mussten wir immer reinrennen in den Kühlschrank, wenn man noch was holen wollte. Das hat man jetzt direkt neben sich. Und genauso die Musik. Natürlich muss man sich in Barkhäusern auch vor der Sonne schützen. Hier haben wir natürlich einen coolen Sonnenschirm. Guck mal hier. Ganz cool, den kann man zusammen machen. Und jetzt könnt ihr hier sitzen. Ihr könnt mit der Mama zusammen ein Buch lesen, mit dem Papa zusammen ein Buch lesen. Oder einfach mit Mama und Papa im Garten einfach Zeit verbringen. Das ist jetzt einfach ein neuer Wohlfühlort, wo wir Musik hören können, wo wir ein kühles Getränk nehmen können. Das lieben wir vor allem so am Abend in der Abendsonne hier im Garten. Oh, ich bin total... Ist alles waschbar, ist gar kein Problem. Das ist... Ach, das ist die Quersch-Verstrebung? Genau, genau. Die haben wir drin gelassen. Und wie gesagt, einfach nur schön im Garten chillen. Und ich denke einfach, das war das Beste, was ich immer machen konnte. Das ist Wahnsinn, ja. Cool, oder? Ja. Freut ihr euch? Ja. Ja. Ich finde auch cool, dass jetzt hier so ein Mikro rein gebaut ist. Ja. 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 Danke, Günni. Danke. Es war eine meiner Lieblingsfolgen. Weil das Projekt mir so am Herzen gelegen ist. Weil es wirklich aus der Nachbarschaft oder aus der Nähe war. Und weil es einfach ein Boot war. Es war einfach was Besonderes für mich. War eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Am Ende war ich also wirklich sehr zufrieden. Und wie die Familie, weil die haben sich so gefreut drüber. Ja. Und die auch sehr zufrieden waren. Haben wir wieder gute Arbeit gemacht. Denke ich auch. Doch. Also bis dann bis zur nächsten Grillparty. Tschüss. Genau. Ciao. Ihr wart ja traurig, dass die Fifi weg ist, gell? Aber jetzt ist sie wieder da. Das war ein Heimspiel. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Ü Moment. Auf geht's. Bis zum nächsten Mal.